Ich habe diesen Elbenplatz nicht vergessen. Danke, bucht mir den Standort von dem vierten Queen. Danke! Die Standort-Mann-Team! Das tut gut. Ich glaube, das war überzeugend, oder? Gut, meine Damen und Herren, Sie haben uns überredet. Wir machen eine Zugabe. Aber noch einmal meine Durchsage. Wie gesagt, in Kürze ist dann alles in der Peripherie geschlossen. Es bleibt geöffnet die Weinbar, es bleibt geöffnet der Heurige und es bleibt geöffnet das Festsehen. Die Mooskirchen haben da gerade gespielt. Gleich anschließend daran übernehmen die Highlights das Kommando. Eine ganz, ganz tolle Coverbank, die man auf keinen Fall versäumen sollte. Dieser wunderschöne Abend, der muss ja lang genug gefeiert werden, vor allem in dieser atemberaubenden Kulisse. Das Wiener Rathaus, die Hofburg, Naturhistorisches, Kunsthistorisches Museum, alles ist da. Und auch die Standardbank.